Erinnern Sie sich noch an den Mauerfall? Ach, ganz genau. Da sind sie mir noch was schuldig beim Mauerfall. Wo die Mauer gefallen ist, ich weiß nicht, ob sie Fernsehen oder was gesehen haben, da haben sie doch immer gebracht, wo die junge Frau dem Polizisten einen Kuss hebt auf die Wange. Das war meine Sache gewesen, das habe ich eingefehlt. Aber den Kuss hat der gekriegt. Aber die Kinder, die hat da immer gestanden und hat gewehnt und hat immer gesagt, die will doch mal zu ihrer Mutter, die will sie, das war ja noch zu alles. Die will zu ihrer Mutter, wo noch immer Straße hier. Und da habe ich gesagt, Mensch, hast du denn kein Herz? Der war ja Offizier, der hat da gestanden. Der hat ja den Befehl da von der Truppe, von der Grenztruppe. Ich sagte, hast du denn kein Herz? Ich sage, lass doch die Kleine rüber in bei ihrer Mutter. Ich war wohl damals zehn Jahre oder was weiß ich. Ich sagte, lass die doch rüber gehen bei ihrer Mutter. Ich sagte, nein, das ist verboten. Und ich habe den so lange belatschert, bis der zuletzt zu mir gesagt hat, da wollen sie auch mit rüber gehen. Aber ich bin noch nicht weggegangen. Ich habe doch hier meine Familie gehabt und ich gehe doch nicht weg. Dann lass doch nicht meine Familie hier alleine. Weil man doch nicht wusste, ob die ihn hätten wieder hergelassen oder was. Man konnte doch die Allbäuche wissen hier nicht trauen. Und dann habe ich gesagt, dann hat er mit ehemals so nach einer Viertelstunde so was gesagt. Die junge Frau, die hat immer gerucht und gewehen. Dann hat er mit ehemals zu dir gesagt, na dann gehen sie mal rüber. Dann hat die die Zigarette ausgetreten, hat die den Kuss auf die Wange gegeben und ist dann rüber gegangen. Dann hat er noch mal zu mir gesagt, wollen sie wo rüber gehen? Nee, ich sag ich nicht. Ich sag ich muss nach Hause bei meiner Familie. Da waren wir gerade in der Ückerminder Straße, weil ich Schwigertochter gewesen war. Und ich hätte rüber gehen können, aber ich lass doch nicht meine Familie alleine. Das heißt, die Frau war dann die erste, die rüber gegangen ist? Was? Die Frau war dann die erste, die rüber gegangen ist, dieses Mädchen. Vorher war keiner mehr. Das war die erste, die rüber gegangen, praktisch. Vorher war noch nicht gewesen. Das war die erste, die rüber konnte. Und dann war das alles so unruhig und alles. Man hat gewusst, dass das nicht wird. Ich bin dann aber zurück nach Hause, um 9 Uhr und so was. Und da habe ich zu meinen Kindern gesagt, wisst ihr was, das wird alles nicht. Ich glaube, die machen das Ding auf. Und dann hat der sich das überlegt, der Offizier, und hat den Schlachtbaum hochgezogen. Und dann sind die alle rüber. Und meine Tochter und mein Sohn, der Schwiegersohn, die sind rüber gemacht denn. Weil die Mutter war drüben, die hat da drüben gewohnt. Die hatten ja vorher die Wohnung von ihrer Schwester geerbt. Ihre Schwester hatte da eine Wohnung gehabt und die hat sie geerbt. Und sie war auch schon Rentnerin und deswegen durfte sie rüber. Ganz offiziell ist sie rüber gegangen. Und da sind sie erst bei der Mutter gegangen. Und von ihrer Mutter aus, die hat ihr wohl ein bisschen Geld gegeben. Und von da aus sind sie dann nach der Town ziehen runter. Da sind sie erst einen Tag später wieder nach Hause gekommen. Und ich bin natürlich hier mit Muttern nach Hause gegangen. Das war ja wie ein Zwölfer, eins oder so was. Und dann habe ich mich ausgezogen und im Bett gelegt. Um zwei in der Nacht. Denke ich mit ihm mal, das Blöde kann doch ja keiner sein wie ihr. Die Mauer ist auf und ihr, du liegst im Bett und schläfst. Und dann habe ich mich aufgestanden, habe mir angezogen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, mach dir fertig. Wir hatten ja den Hund von den Kindern. Die hatten so einen kleinen Pekinesen. Ich werde den Sperma auf den Korridor ein. Der kann ein paar Stunden alleine sein, der Rico, sage ich. Und dann gehen wir wieder rüber. Und dann sind wir wieder rüber gegangen. Da war ja auch ganz offiziell, konnte man rüber gehen. Hat keiner mehr was gesagt und gemacht. Und dann sind wir rüber gegangen. Dann sind wir Badstraße unten, alles spazieren gegangen. Dann sind wir nach Hause gekommen hier. Dann habe ich eine Tasse Kaffee getrunken. Und dann bin ich arbeiten gegangen. Meine Frau hat sich in die Licht, hat sich ausgeschlafen. Und ich bin arbeiten gegangen gegangen. Das war unser Grenzfall gewesen. mit den Kollegen. Ich habe nicht gedacht. Ich habe nicht die Musik. Ich habe nicht die Musik. Ich bin das, was ich dachte. Dann die Oder ausgeschlafen. Die.